Ein totgeglaubter Racheengel kehrt zurück. Wer das auch war, wird dafür bezahlt. Um eine alte Rechnung zu begleichen. Ich regle das. Nein! Ich sollte echt aufhören, dauernd durch abzuhängen. Punkten Sie mir in der Sache nicht dazwischen. Das ist mein Ernst. Oder auf einer der nächsten Kugeln könnte Ihr Name stehen.